hallo zusammen ich begrüße euch einen neuen wunderbaren tag so habt ihr auch das wetter genossen einfach phänomenal ja total herrlich so ich bin jetzt hier in meinem coaching studio und ja schon am vorbereiten es geht jetzt um mein workshop number two innere kraft ja was ist das überhaupt ich habe darüber schon einiges erzählt auch videos dazu gemacht und jetzt am dienstag den 11 oktober ja da findet dieser workshop statt 18 uhr hier in meinem studio also das ist der ausgangspunkt ok und ja innere kraft also viele gehen ja pumpen ins fitnessstudio da wird der körper trainiert ja das ist auch eine schöne sache ja sieht auch toll aus so bauchmuckis und ja so eine richtig schöne form und ja mit dem engen t shirt ja das ist ja auch sexy ja aber innere kraft das ist viel mehr wirklich viel mehr und ja unter anderem geht es auch darum zu rein zu spüren ja in die verschiedenen energiezentren also die schatten ja gut viele wissen ja noch nicht was das bedeutet aber das könnt ihr dann erfahren wenn ihr zu mir kommt ja am dienstag den elften ab 18 uhr innere kraft ja also die möglichkeit auch mal so richtig rein zu spüren und auch dass das energetische system mehr kennenzulernen ok und auch übungen für den alltag mit zu ja die werde ich euch natürlich zeigen und einfach so übungen mit denen ihr zu jeder zeit auch wieder in eure kraft kommen könnt ist das nicht großartig gut also ich freue mich auf euch ich freue mich auf euch genießt noch den abend es gibt es noch einen wunderbaren sonnenuntergang alles alles liebe und bis dann ja